Mit Elefanten kuscheln und dem Schlamm baden, das habe ich im Elefantenschutzheim von Chiang Mai erlebt. Zuerst geht man zusammen eine Runde spazieren und es werden Snacks verteilt. Hier sind alle Tiere frei und werden liebevoll gepflegt und zu nichts gezwungen. Gönnt sich ein ganzer Baum. Bon Appetit. Oh, lecker. Dann gibt es einen Workshop für gesunde Elefantenbonbons aus Früchten, Zucker und Salz. Sie lieben es. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist das Schlamm baden. Ich habe ihnen eine professionelle Falkmassage gegeben und sie haben mich mit Schlamm beduscht, um sich zu bedanken. Und am Ende haben wir alle zusammen im Fluss gebadet. Als Abschied habe ich einen Elefantenkuss bekommen. Sie scheinen mir so weise, liebevoll, sensibel und intelligent zu sein. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen.